So, salut! Wir sind Impact Hour und wir sind gerade an der Stadt. Wir machen gerade ein fettes Quartarschein in der Stadt. Und wir waren gerade zu einem Interview machen und haben einen Digger zu reagieren. Besonders den Denny. Ja, ich finde viel geschwarte. Man, dafür wäre ich am Interview nicht viel geschwarte, muss ich nur schwarzen. Du musst etwas kompensieren. Ja, das kleid nicht möglich für einen Autist oder so. Was hast du denn noch mehr mit auf die Gesundheit? Ich vermisse zuweilen. Ich vermisse wie hart, die Leute wollen eine Schere. Ja, jetzt hören wir. Ich vermisse alle Lichtsachen. Wie zum Beispiel, welchen Preis man gewonnen hat und all die Sachen, die ich weiß. Ich habe meine Ray-Ban-Songlassen hier. Ich habe meine 2 F***ing-Origine. Ja. Ja. Ich habe meine 1 F***ing-Origine. Ich bin nicht angelt und ich habe meine 3 F***ing-Origine. Ich habe meine 5 F***ing-Origine. Ich habe meine 2 F***ing-Origine. Das ist meine 1 F***ing-Origine. Ich habe meine 4 F***ing-Origine hier. Natürlich von... Muscles everywhere, Muscles everywhere. Wir sind dick abgepimpt, kommen gerade aus dem Fitness. Du hast Kilo rechte Hinder, du lege nach! Ja, du kriegst Kilo rechte Hinder. Tony ist immer Big gefreut, wir können kein Autogramm haben mehr. Ich bin immer Big verloren. Bist du Big verloren? Ja. Ah, ja. Merkt, wir drohen mit denen, was machen wir gehen. Tony, wie ist denn heute Muskel? Du und selbst. Und den Haltern? Wie Bigzaps? Und den Durtern? Unterarmzaps. Bizaps. Und den Durtern, Tony, den Durtern? Penis-Bizaps. Penis-Zaps? Nein, Penis-Bizaps. Oder Penis-Zaps. Man kann das alles Bizaps tun. Ah, Penis-Bizaps. Bizaps, Unterarm-Bizaps, Titter-Bizaps, Trapez-Bizaps, Scholler-Bizaps, Bi-Bizaps, Bitrieb-Zaps. Nippel-Bizaps. Nippel-Bizaps. Ja, Nippel-Bizaps. Wenn ich den trainiert, dann stehe ich immer an dem bisschen Gewicht und Nippel entlang. Ja, und das. Und Piercing, die durch Brustwachsen und so. Ja. Nippel sind nicht Strom, die durch meine durchschnischen Tränen gehen. Zerschenken immer durch ein T-Shirt, wie... Ja, ja. Ja, ja. Es ist gewonnen, ob Alwa T-Shirt kontaktiert. Kannst du gut fühlen. Also, Impact Hour. Wir sind so high wie Skyliner. Wir sind so high wie der Krando. So high wie den Eiffelturm. Impact Hour. Swag. Ciao. Impact Hour. Wir vloggen. Knapp, so sei es passiert nicht, du. Und wenn ich gedacht. Max. Max hat heute gesagt. Salut. Wir vloggen am letzten in. Ohne dich. Ja. Und dann ja nicht. Denn Christoph, du seht nicht. Ich stehe heute nicht mal einen E-Kommentar für uns. Genau. Sollen wir ein bisschen Shoppen gehen. Sollen wir ein bisschen Youtube Money ausgüi. Ja. Sollen wir gehen ein bisschen Youtube Money ausgüi. Wir haben extra bold. Ja, aber wir können nicht alles ausgehen. Das geht nicht. Nein. Wir könnten am Anfang geschafft kaufen. Wir können mal die Karte hier. Mhm. Das wäre schon ein bisschen... Komm, wir machen ein bisschen Promo für einer Bands. Guck du. All those Bands. Jetzt. Geht sie nicht gucken. Geht sie nicht gucken. Geht sie nicht gucken. Geht einfach nicht mal im Park Dauer gucken. Guck dir in Park Dauer. Guck dir in Park Dauer. Ähm. Im Park Dauer. Wohin soll man jetzt gehen? Du? Golden Tulip. Das ist genau euer. All das. Gold. Gold. Bling bling. Shit und so. Ich bin auch arsch. Ich gucke nicht mehr los. Ich kann mal kaufen. Ich kann mal kaufen. Was soll man kaufen? Ja. Wir schwimmen einfach. Wir kaufen einfach. Wir kaufen einfach. Ja. Wir gehen auch an eine Privatschule, wo nicht man die Rich oder Famous kann. Ja. Äh, ja. Äh, ja. Äh, ja. Äh, ja. Äh, ja. Es gibt sowas. Ja. Du hast uns gesheert. By the way. Merci, Thuist, du hast gesheert. Die sind cool. Auf jeden Fall im Park Dauer. Aber es gibt mehr Klicks wie, äh. Wie Chicks. Mehr Klicks wie Chicks. Obwohl Chicks. Sie nicht weit handeln. Nicht weit handeln. Ja, ja. Auf jeden Fall Klicks. E-Klicks sind 10 Euro. Der Tisch. Die könnte ich selber ausrechnen, wie viel soll man verdienen. Aber auf jeden Fall, äh, die Brille sind mir gerade kaufen gegangen. Äh, sie wollten mal 10% drauf gehen. Sollte ich mal. Mit einfach 100% drauf. Aber nur wenn der Tisch da. Einfach höchst den Preis. Ja. Was nicht kostet, ne? Was ist das nicht? Sie wollten nur 10% drauf gehen. Dann hätten sie gefordert von einem Arm. Wir wollten rausgehen, von einem Arm. Ja. Wie hat ein Prozent aufreicht. Wurden wir Mottlitz voll gehen. Wurden wir direkt auf den Staat. Von daher. Den darfst du nicht sagen. Ja. Der Teil kann auf dem Internet. Äh. Ja. Fangen wir mal gut mit Spielen zu gehen. Wir spielen am Fangen immer noch viel Spaß zu. Dann kriegen wir ja genug durch das YouTube-Money. Weil aber nicht hecht, dass wir uns nicht so für Konzepte bezahlen. Die Promoters. Und so weiter. Ja. Ja. Du tun uns demnächst an der nächsten Zahnpasta geklappt. Ja. Auf jetzt wegen Zahn. Weil jedenfalls will ein Impact auch smile. Haha. Denny, weißt mal der schönsten Impact auch smile. So, jedenfalls will er so smile. Verkauf die neue Zahnpasta vom Tool. Das ist der gute Idee. Christoph, weißt mal der schönsten Impact auch smile. Okay. Ha. Das war schön. Ja. Das war so schön wie dem Denny singt Nipple. Das war der Christoph in der Zahnpasta. Christoph wird singen. Ich weiß nicht. Ich kann den... Denny, kannst du da dumm für Heimer zu einem Alfen durch Geischen laufen? Ja, weißt du. Ja. Sollen wir mit Samsung heute? Nein, Mann. Du bist okay. Mein Handy ist f***. Sehr f***. Boah. Wieso müsste da noch mal Dinge im Handy ein Beyerflasch haben? Du probierst Beyerflasch f*** dich zu schreien, Mann. Ja. Ja. Ich meine, das ist schon dein dritten S3 für heute. Geh du hin. Kauf da mal einen S4. Die haben anscheinend ein paar Stunden mich lang. Du kannst nicht so gut. Aber du kannst den 6pack machen. Ja. Denny kann man alle mit dem 6pack machen. Du kannst mit dem 6pack machen. Du kannst mit dem 6pack machen. Ja. Du bist ein 8pack. Du bist ein 8pack. Denny habe ich nicht mehr gemacht. Aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Du bist ein Drummer. Mit dem Drummer wird es funktioniert. Ja. Ja. Aber. Aber. Der Tunde geht. Wie gesagt. Oft an der Fitness. Der ist ein Drummer. Die packen mich wie... Die haben Drummer. Wie ein iPhone. Mehr oder nicht. Ja. Ja. Wir sind gleich auf der Gare gekommen. Der Gare darf ich deine Mannschaft. Ja. Und zwar als Direktor von der Gare. Als Direktor von der Gare. Als Direktor von der Gare. Gar rein vermutlich. Gar führt mir den Kredits von YouTube. Ja. Nicht, dass alle denken, wir werden prostituiert. Also, nee. Wir verdienen zwar ähnlich wie so. Wie so Fame-Haus. Ja. Da fangen sie mich einfach nicht mehr. Wo ist der Luft bei den James zu holen? Bei James? Ja. Bei James. Den Hartfield. Der sitzt gerade zu Moskau. Ah, den James Hartfield. Ah, schon kein Luft durch Moskau. Kann man nur nach Katar fahren. Nee, den Ding ist... Nee, den Max hat man da gerade aus dem Helikopter gehen. Natürlich müssen... Ähm, wir müssen... Wir haben diese scheiß Fliege aber... Wir müssen eh von den... Wir müssen eh von den 2 Juts füllen. Ähm... Oh, nee. Kann gar nicht. Moskau ist ein bisschen langweilig. Ja. Moskau ist ein bisschen... Nee, wirst du... Wir müssen den James wohl flieren. Wir... Wir... Wir schäcken ihm einfach. Ähm... Wir schäcken ihm unseren Jadrop, dem James Hartfield von Metallica. Mit... James von Zetai. Ja, wenn du das aufhörst, dann komm und uns hier in Luxemburg zu besuchen. Propfen von deinem Band, Impact Hour. Grüß von Denny, der Drummer. Wenn Lachs nicht mehr spielen will, denke ich, Denny kann dir helfen. Denn Denny ist viel besser als Lachs. Natürlich, die Hilfe ist auf der Haus, weil du nicht aufhörst. Das ist Aids. Das ist Aids? Nein. Ah, Aids in dem Sinn. Alright, alright. So, okay, James, if you're watching right now, peace out, Impact Hour, Swag, CityClick, Moneyboy, a.k.a. der Freude am Blockchain. Flyer als die Möwen. Flyer als ein Falke. So wie ein Spieler von Schalke. Alright. Ciao, bitches. Action. Aaaaaaaaaaaaaaaaaa fuck. W-a-w-a-w-w-a-w-a-w-a-w-a-w-a-w-a-w-a-w-a-w-a-w-a-w-a-w-a-w-a-w-a-w-a-w-a-w. Yeah, was ist ein Huss? Was ist am Gart? Liefen eine Plantebuff. Oh, ich lieg ihn an. Oh, Gart. Was ist der Christoph? Was ist der Christoph für ein Nischen oder was? Das war's. 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 Okay. Moi, je dirais... Je dirais... Je n'aime pas cette appellation, mais c'est un bariton Martin, du nom de Martin. Bariton Martin. Qui était un bariton qui avait des notes de ténor. Das war's für heute. Das war's für heute.